Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Emilia Perez, der in Deutschland tatsächlich in die Kinos kommt, in ganz vielen anderen Ländern aber direkt auf Netflix landet, wie ich gerade ihm erst erfahren habe. Aber am 21. November kommt er wirklich bei uns in die Kinos. Das ist doch schön, oder Lida? Ja! Ihr Lieben, Lida und ich, wir konnten uns den Film schon vorhin ansehen. Lida, ich bin mir gerade unschlüssig. Berlinale Venedig Cannes, wo hast du den gesehen? Cannes, da lief er dieses Jahr im Wettbewerb und hat tatsächlich den Jurypreis gewonnen. Und für die besten Darstellerinnen. Es gab da einen Ensemble-Schauspielpreis für die weiblichen Darstellerinnen dieses Films und entgegengenommen hat denen die Hauptdarsteller. Okay. Für mich war Emilia Perez in der Hinsicht interessant, weil es der neue Film ist von, jetzt muss ich aufpassen, Jacques Odia, Odida, wie würdest du ihn aussprechen? Ich hätte jetzt Odia gesagt, aber ich bin auch des Französischen nur sehr begrenzt mächtig. Klingt aber gut, Odia. Gefällt mir, so lasse ich das. Der mit einem Prophet einen meiner liebsten Gangster-Filme inszeniert hat. Und seitdem warte ich immer, dass er so einen ähnlichen Kracher raushaut. Wobei, der Geschmack von Ross und Knochen mochte ich ja auch sehr. Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, so ein bisschen das Mojo ist vielleicht weg. Aber egal, ich war trotzdem sehr gespannt auf Emilia Perez. Und warum, weshalb, wieso, das können wir dann gleich noch genauer rausfiltern. Ich tut mir leid, kurze Informationen, wir nehmen das ja sehr spät auf und Onkelstu ist müde. Aber ich gebe jetzt wirklich mein Bestes. Aber, weil Onkelstu der Moderator ist, kann Onkelstu ganz einfach überleiden zu Lieder, die uns jetzt mal sagt, worum geht es eigentlich in Emilia Perez. Also, der Film spielt in Mexiko, wo eine frustrierte Staatsanwältin, dargestellt von Zoe Saldana, überraschend gekidnappt wird von einem Kartellboss, der sie aber nicht umbringen möchte. Nein, er möchte ihre Hilfe dabei, ein neues Leben zu beginnen und zwar als Frau. Also soll sie ihm einmal einen Arzt bzw. eine Klinik finden, in der er eben endlich sein wahres Ich dann, also die Transition machen kann, um endlich als Frau, nämlich als Emilia Perez, weiterzuleben und damit dann auch das Verbrechen hinter sich zu lassen. Ein sehr gewagter Plan, der auch mit einigen Blutvergießen und Schießereien einhergeht, in den auch die frühere Frau und Mutter der Kinder dieses noch Kartellbosses hineingezogen wird und der für einige der Beteiligten tödlich endet. Wenn man sich das jetzt so anhört, allein die Geschichte, das klingt schon alles sehr, ja schon, also es klingt nicht wie eine gängige Gangstergeschichte. Was jetzt aber noch gar nicht zur Sprache kam, ist, dass das ja nicht einfach so inszeniert wird, es ist ja auch ein Musical. Ich würde es grob beschreiben als Crime, Melodrama, Milieustudio, Teledovela, Gangster-Musical und ich will ehrlicherweise sagen, das ist mir so in der Hinsicht noch nicht untergekommen und das macht erstmal wirklich neugierig. Aber ich sage es direkt, boah, irgendwie, kennst du das, der Film fängt an und du weißt so nach zehn Minuten, nein, das wird nicht meins, das war im Falle von Emilia Perez bei mir so. Das ging mir ganz ähnlich. Ich denke auch, dass man den Film vielleicht etwas besser als eine Art Operette oder Oper beschreibt, denn wir haben hier wirklich eine gewisse Art von Theatralik und ja, großen Kompositionen, die mehr ins Opernhafte gehen, als den typischen Musical-Vibe zu haben, aber auch mir hat diese Story ja sehr ambivalente Gefühle bereitet. Das hat schon damit zu tun, wer hier wie wessen Geschichte erzählt, denn wir haben ja wieder einmal einen weißen Cis-Mann-Hetero, der hier die Geschichte von queeren Menschen, in dem Fall von einem Trans-Menschen erzählt. Immerhin, das muss ich diesem Film lassen, das ist vielleicht seine ganz große Stärke, ist tatsächlich eine Trans-Frau hier mit Carla-Sophia Gascon besetzt worden in der Hauptrolle. Also wir müssen uns jetzt nicht wieder entweder eine Cis-Darstellerin oder noch schlimmer einen Cis-Darsteller in dieser Rolle ansehen, sondern sehen wirklich eine authentische Frau. Aber das macht diese verzerrte Perspektive des Regisseurs nicht besser, insbesondere weil eben im Kern der Handlung eines der übelsten und wirklich fast schon lachhaftesten Klischees über Trans-Menschen thematisiert und behandelt wird und als Realität dargestellt wird, nämlich dass Trans-Menschen eine Transition machen, um eine kriminelle Vergangenheit zu verdecken. Und das ist tatsächlich so weit verbreitet, diese so recht kuriose Annahme, dass sie im deutschen Gesetz drin stand und sehr lange einer der Hauptgründe war, warum es so extrem aufwendig und kostenintensiv und antragsintensiv ist, beziehungsweise war, es wurde jetzt etwas verbessert, diese Regelung, den Personenstand in Deutschland zu ändern. Dass da als einer der Hauptargumente immer stand, wer einfach seinen Personenstand ändern will, der will sich höchstwahrscheinlich dem Verbrechen, also für irgendwelchen gerichtlichen oder sonst wie juristischen Konsequenzen für kriminelles Vorleben entziehen. Ja, und genau das hier macht ja die Hauptfigur. Die tatsächlich, und das ist, muss ich auch passen, was ich sage, ich finde, dass der Film an und für sich gut gespielt ist, aber ich fand tatsächlich diese Carla-Sophia Gascon nicht überzeugend. Von der ganzen Besetzung her fand ich, war sie die schwächste. Und ich habe mich mal ein bisschen informiert, sie hat wohl früher in so einer mexikanischen Telenovela gespielt. Und seid mir nicht böse, aber ich finde, das merkt man. Es passt durchaus zum Film, aber im Vergleich zu jetzt zum Beispiel Zoe Saldana, die ich, ich glaube, wie die meisten Leute mittlerweile nur noch aus irgendwelchen Avatar-Filmen und Marvel-Filmen kenne, finde ich, war die darstelle ich-Leistung von Carla-Sophia Gascon für mich, also es wirkte mehr zweckmäßig, was sie da ablieferte. So ein bisschen ganz, ganz böse ausdrückt, als ob sie es eh nicht, ob sie es nicht besser können würde oder als ob sie halt einfach immer noch glaubt, dass sie bei einer Telenovela vor der Kamera stehen wird oder würde. Und so ein bisschen Telenovela, was ist ein bisschen, der Film ist ja im Grunde eine Telenovela, oder? Es ist absolut hier was sehr Melodramatisches und das finde ich an sich gar nicht so falsch. Aber Odia ist nicht der Regisseur, der es versteht, das entsprechend zu inszenieren. Oper hat auch fast immer ein Melodrama. Oper ist larger than life, wenn wir in alle klassischen Opern-Stories, und oft gilt das ja in vielen Punkten auch für Musicals, die sehr abgehoben und sehr weit weg von der Realität sind. Das darf man durchaus so machen. Man darf diesen ganzen Bombast auch aufführen und zelebrieren. Aber dann ist es sehr schwierig, da die Balance zu halten, eben zwischen einfach nur plattem Pathos und wirklicher eben gekonnter Melodramatik. Oder, was dieser Film leider überhaupt nicht schafft, Camp. Das wäre eben auch etwas, was sicherlich hier ein Queerer-Regisseur oder eine Queerer-Regisseurin besser hingekriegt hat, weil wenn, sorry, aber wenn die Heteros 1 nicht können, ist es Camp. Eines Tages werde ich dir beweisen, dass wir Camp können, meine Liebe. Eines Tages werde ich dir das beweisen. Der Camptag wird kommen. Ja, also ich finde auch, dass Carla-Sophia Gascon hier nicht die stärkste Darstellerin ist. Ich denke, da hätte man sicherlich bessere finden können. Ich finde es gut, dass eine Transfrau hier besetzt wurde, aber es gibt ja nun wirklich zahlreiche Darstellerinnen. Da hätte man sicher jemanden finden können, der das besser macht als sie. Aber auch Zoe Sardana und Selena Gomez, die spielen wirklich gut. Selena Gomez hier in der Nebenrolle der vormaligen Partnerin von Manita Stilmonte, so heißt er, der Drogenboss, der dann zu Emilia Perez wird. Die machen wirklich ihre Sache sehr gut, die beiden. Es war recht interessant in Cannes, dass Sophia Gascon eben den Preis entgegengenommen hat und von allen so behandelt wurde und auch selber so agiert hat, als sei der nur an sie gegangen, obwohl er eben an alle Darstellerinnen dieses Films ging. Und diese Vergabe an alle Darstellerinnen, die fand ich persönlich auch sehr, sehr ambivalent. Und es wirkte so wie ein äußerst ungelenker Kompromiss. Ich glaube, der Gedanke dahinter war, und das finde ich gar nicht so schlecht, hier ein Statement zu setzen. Ja, wir erkennen Transfrauen an. Wir geben den Preis für die beste Darstellerin. Es ist ja immer noch streng binär in Cannes wie auch in Venedig. Während die Berlinale zum Beispiel und Locarno, da gibt es darstellende Preise, also Preise einfach für die beste schauspielerische Leistung, unabhängig von Gender-Konventionen. Aber da wollte eben Cannes ganz oft ein Statement machen, was auch ein gutes und richtiges Statement ist. Ja, Transfrauen sind Frauen und wir erkennen sie an. Wir geben hier diesen Preis. Aber gleichzeitig war wohl das Bewusstsein da, dass das jetzt nicht wirklich eine Preisdarstellung ist. Und darum hat man dann eben gesagt, dann zeichnen wir eben das ganze Ensemble aus, was dann aber auch wieder sehr beliebig wirkt. Ja, ich muss auch sagen, ich finde halt an diesem Film für mich betrachtet nichts wirklich preiswürdig. Also der ist gut umgesetzt, so ist es jetzt nicht. Ich fand auch den ästhetisch nicht uninteressant. Aber allein die Geschichte müsste eigentlich aus meiner Perspektive etwas sein, was sich eigenständig anfühlt, was eine gewisse auch Vitalität ausstrahlt. Und sei es nur diese wirklich teils kruden Genresprünge, die der Film halt teilweise hat. Aber das wirkt alles mir im Endprodukt zu überladen. Und vor allem der Film wirkt mir persönlich einfach zu überkonstruiert. Das hat natürlich auch gewisse Reize. Aber dafür ist er dann auch einfach viel zu zäh erzählt für meinen Geschmack. Und nicht falsch verstehen, ich war echt ganz angetan von dem, was ich da eigentlich sehe. Weil sowas sieht man nicht all die Tage. Das ist jetzt kein, in Anführungszeichen, 0815-Film von der Stange. Aber der lief so an mir vorbei und hat bei mir tatsächlich nichts ausgelöst. Also weder, sondern nicht positive noch negative Reaktionen. Es war so, als würde ich dem Zug vorbeischauen, der mir vorbeifährt und ich winke halt ab und zu mal, damit ich irgendwas zu tun habe. Und das war es. Also dafür, dass dieser Film so eine, ich nenne es mal wilde Handlung hat, wo wirklich alles drin ist. Ja, und dann auch am Musical-Elemente auch noch hat, war er dann doch erstaunlich, ja, für mich redundant. Also das ist kein Film, über den ich noch länger nachdecken werde. Und wenn ich bedenke, was da alles drin steckt, ist das schon fast sowas wie ein Armutszeugnis. Ja, da kann ich dir leider nur zustimmen. Und gerade eben dieser Balanceakt zwischen einer wirklich knallharten Story und diesem Überschwang, dieser Sentimentalität, diesem ganzen Kitsch, den man mit Oper und Musical verbindet, hätte eben wirklich spannend sein können. Aber man hat fast das Gefühl, dass jemand mit vorgehaltener Waffe Jacques Audier gezwungen hat, diesen Film zu drehen. Und gerade wenn es so Momente gibt, die fast nach einer gewissen Ironie oder Komik oder irgendeinem Gefühl für, ja, Camp, schreien, etwa Songs hier mit Titeln wie Vaginoplastier, ja. Also wo dann irgendwie, ich glaube, ich singe dann immer sowas so Renoplasti, Vaginoplasti, so Nasenoperationen und Geschlechtsangleichung dergleichen. Also wirklich so sehr, fast schon unfreiwillig komische oder amüsante Lyrics von Songs. Und dann gibt es aber wieder ganz ernste Nummern. Und der Film schafft es einfach nicht, das alles zu einer runden Sache zu machen. Und wirkt dann nicht nur unglaublich langatmig, denn wir haben hier ja einen richtigen Kracher, der ist ja an die drei Stunden lang, sondern auch, ja, langweilig. Und wie du schon sagtest, wenn man sich anschaut, was da alles drin steckt, dann ist das eigentlich ein Film, der auf keinen Fall langweilig sein sollte. Und ich sehe hier gerade auf Wikipedia, dass der Film angeblich nur 132 Minuten geht. Und ich frage mich jetzt, ob das eine geschnittene Version ist oder ob der mir nur so wahnsinnig lange vorkamen kann. Also ich kann so viel sagen, bei uns war das auch die 132-Minuten-Fassung. Ich kann natürlich sagen, dass du und kann eine andere Schnittfassung gesehen hast. Das kann ich jetzt, weiß ich nicht, aber ich sag mal so, er fühlte sich nicht kurz an. Vielleicht fühlte sich einfach nur wahnsinnig lang an. Er fühlt sich wirklich wahnsinnig lang an. Weil ich wirklich das Gefühl hatte, irgendwie war der in meinem Kopf als Drei-Stunden-Film. Aber das ist auch eine Form von Kritik. Wenn man fest überzeugt ist, ein Film hat drei oder vier Stunden gedauert und dann waren es irgendwie nur 90 Minuten. Oder in dem Fall 132. Und ich muss auch sagen, also pass auf, ich bin kein Musical-Fan. Ja, aber ich weiß, wenn ich einen Musical-Film gesehen habe und da sind halt Songs drin, die irgendwas mit mir machen, dann behalte ich die. Also ich habe bis heute zum Beispiel den Opening-Song von Annette im Ohr, diesem Sparks-Musical mit Adam Driver und Marion Cotillard. Bei Emilia Perez die ganzen Songs, die kommen und gehen. Die sind so schnell aus meinem Ohr entfernt, das glaubst du gar nicht. Und du hast ja auch schon gesagt, es gibt wirklich dieses Musical-Segment, wo die in dieser Klinik sind und die halt darüber singen, wie man dann eben diese Transformation halt quasi macht und welche Operationen da gemacht werden. Und das ist ja nicht falsch verstehen, das ist natürlich ein ernstes Thema, aber es hat schon was sehr, fast schon Absurdes darüber zu singen. Ja, wenn man es vergleicht, dass normalerweise Musicals darüber gesungen wird, dass Typ A Frau B liebt oder so. Aber davon bleibt nichts hängen. Das ist auch echt, das sind auch einfach keine catchy Songs. Das ist, ich, es ist halt, es funktioniert einfach nicht. Und das ist schon irgendwie, ja, traurig, weil alleine auf dem Papier müsste das Ding eigentlich ein Brecher sein. Ja, absolut. Und auch diese unterliegenden Konflikte, etwa, dass diese Hauptfigur, diese Anwältin Rita, die von Zoe Saldana eben verkörpert wird, dass sie einfach diese Frustration in ihrem Job hat, weil sie das Gefühl hat, dass sie immer nur Leute, die im Prinzip Verbrecher sind, da vor ihrer gerechten Strafe bewahrt und jetzt Angestellte eben eines wirklichen, ja, Kartellbosses, der auch Morde und dergleichen alle auf dem Kerbholz hat, wird und somit offen für die Schurken, sozusagen die Kriminellen arbeitet, für die sie vorher nur indirekt gearbeitet hat, eben innerhalb der juristischen Institution. Solche Themen, die werden einfach völlig marginalisiert und kommen gar nicht weiter unter. Alles ist irgendwie immer nur so ein Randelement und nichts hat wirklich dramatisches Gewicht. Und dann erscheinen die Leute dann eben auch oft so idealisiert. Also mir zum Beispiel fiel es wahnsinnig schwer, mit dieser hier Figur Emilia Perez zu fühlen, weil man einfach sich vor Augen halten muss, dass es jemand, dass es ein Mensch, dieser Mensch hat gefoltert, gemordet, schreckliche Dinge getan und jetzt auf einmal sollen wir für die sein, einfach nur, weil sie den Wunsch hat, eben endlich als Frau zu leben. Und die interessanteste Frage, die ja vielleicht jetzt wäre, ist vielleicht diese ganze Gewalt, dieses ultra-macho-männliche Bild, was vorher ja dieser Manitas von sich konstruiert hat, ist das vielleicht einfach nur die Folge von diesem unterdrückten Schmerz, dass man nicht man selbst sein kann? Das wäre ein ganz interessantes Statement, eine ganz interessante Beobachtung gewesen, die der Film aber nicht macht. Sondern das heißt einfach nur so, okay, wir haben jetzt hier zufällig mal einen Drogenboss, der trans ist. Und aber tatsächlich eben mal darauf zu fokussieren, wie Homophobie und Transphobie in einer Gesellschaft eben auch indirekt wirken kann und also destruktive Effekte hat, die auch wieder sich dadurch äußern, dass die Leute manchmal auch selber die Gewalt oder die Unterdrückung, die sie erfahren, dann weitergeben, dass solche tiefer gehenden Gedanken, dass das kommt mir überhaupt nicht vor, selbst wenn es sich geradezu aufdrängt. Auch so Sachen, also dass dieser Manitas ja auch seine, also seine Familie weiß ja nichts davon und er lässt ja seine Frau und seine beiden Kinder dem Glauben zurück, dass er halt ermordet worden ist. Und da muss ich auch sagen, ja, okay, ich kann schon verstehen, dass er sich halt unwohl fühlt und halt eben diese Umwandlung auch möchte, aber ist dann schon was anderes, seine Familie und vor allem seine Kinder dann in diesem Glauben zurückzulassen, ja, ich bin übrigens tot. Das ist auch so eine Sache, wo ich dachte, irgendwie, nee, das ist mir, das hättet ihr vielleicht ein bisschen anders lösen können. Und auch diese, immer wieder diese Verschiebung. Irgendwann gibt es halt zum Beispiel eine Phase in dem Film oder Passagen, wo ich das Gefühl habe, jetzt versucht Audiat das Thema Femizid halt anzugehen, was ja gerade in Mexiko wirklich ein sehr großes Thema ist. Aber es ist alles so halbgar. Es sind alles für sich genommen, sind das alles total spannende und wirklich gute Themen, die einen sehr packenden, spannenden Film verdient hätten. Aber der packt irgendwie alles drauf, was er gefühlt findet in diesem Spektrum Mexiko, nenne ich es mal, und weiß am Ende selbst nicht so richtig, was mache ich da? Und manchmal habe ich auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass dieses Gesinge letztlich auch nur dazu dient, mich als Zuschauer abzulenken, dass er selbst gar nicht weiß, was er überhaupt erzählen möchte. Ja, man hat dann eben auch oft das Gefühl, dass diese Choreografien, die da entstehen, eben einfach nur aufgesetzt sind und sich nicht organisch aus dem Szenario ergeben. Die besten Musicals schaffen es eben, das immer so zu installieren, dass die Choreografien die Handlung und die Charakterentwicklung weiterbringen und sich organisch aus dem Setting, also aus dem Setting einfach entstehen und das Setting verwenden, dass die Menschen also dort nicht einfach nur tanzen und jetzt hier eine Freifläche haben, sondern dass sie durch die Szenerie tanzen. Und das schafft dieser Film halt in den allermeisten Fällen nicht. Wir haben immer den Eindruck, dass man jetzt sagt, okay, jetzt Pause und hier kommt der Song und jetzt geht es weiter mit der Handlung. Und auch wenn wir mal ein bisschen genauer hinhören und da einige Texte uns etwas mehr angucken, ist das doch sehr fragwürdig, was da manchmal vermitteln wird. Und man sich dann denkt, okay, glaubt der Regisseur, dass wir nicht mehr richtig aufpassen, weil einfach etwas jetzt gesungen wird und nicht mehr gesprochen wird, was ja gar nicht so ungewöhnlich ist. Ja, wenn man dann vielleicht irgendwelche, was weiß ich, Kinderfilme oder Jugendfilme hat und dann läuft im Hintergrund irgendein Song so, äh, es entidies, es entidies. Und hier wird zum Beispiel an einer Stelle gesungen, changing the body changes the soul, changing the soul changes society, changing society changes everything. Das ist, finde ich, ein sehr fragwürdiges Statement. Denn was der Film ja hier macht, ist, einerseits haben wir eine Handlung, die eigentlich so komplett darum sich geht, nämlich dieses Thema Transsexualität, dass man sagt, der Körper definiert eben nicht alles, nicht alles, was ein Mensch ist, ist im Körper ausgedrückt. Dass aber hier genau dieser Gedanke ins Gegenteil verkehrt wird und dann gesagt wird, alles ist im Körper und du bist wie dein Körper ist, wie deine Außenform, dieses Äußere ist nur ein Spiegel des Inneren und noch mehr, wie du aussiehst oder wie dein Äußeres ist und eine Veränderung dieses Äußeren ist von kompletter sozialer, ja, also das hat einen gigantischen sozialen Einfluss, was ja auch eine Verantwortung impliziert und so tut, als ob das, was man mit seinem Körper macht, nicht nur eine persönliche Angelegenheit wäre, sondern eine gesellschaftliche Angelegenheit. Und das ist eine komplette Inversion der eigentlichen Kernaussage von dieser Grundtrans-Geschichte, wo man eigentlich sagen sollte, es geht darum, man selbst zu sein und man kann mit sich selber machen, was man möchte. Im Prinzip verkehrt ist das genaue Gegenteil. Hast du sonst noch irgendwas, was du zu Emilia Perez sagen möchtest, außer dein Fazit? Nein. Weil ich habe nichts mehr. Ich habe auch nichts mehr. Dann mache ich mal den Anfang und ja, es ist halt so, ich habe sowas zuvor die Art und Weise noch nie gesehen. Das ist schon mal was wert. Trotz allem ist das irgendwie komplett uninteressant. Das ist schon irgendwie echt schade, weil ich war mein erstes Crime-Melodrama-Telenovela-Gangster-Musical, aber das funktioniert für mich leider nicht. Die Darsteller sind wirklich okay, gut sogar. Die Inszenierung ist an und für sich auch okay, aber da ist wirklich nichts dran für mich, woran ich mich jetzt auch wirklich längerfristig erinnern werde. Und wenn ich halt bedenke, was da alles drinsteckt, wie gesagt, ich sage es schon, ist es schon fast so ein kleines Armutszeugnis. Wie gesagt, und der Film löst bei mir halt keine Emotionen aus. Also keine negative wie positive. Der Film ist mir einfach nur ziemlich egal. Ich glaube, das ist, glaube ich, das schlimmste Urteil, das man einem Film geben kann. Deswegen kann ich euch nur sagen, wenn euch der Film interessiert, geht auf jeden Fall ins Kino. Ab dem 21. November ist es, glaube ich, der Fall. Ja, in Deutschland 21. November. Ansonsten sehe ich keinen Grund, warum ihr dafür ins Kino gehen solltet. Lida, du bist dran, bitte. Das geht mir nicht anders. Obwohl dieser Film hier alles macht, um bombastisch zu sein und sicherlich auf der großen Leinwand wesentlich mehr wirkt als auf einer kleinen. Denn also, wenn ihr den irgendwo streamt, braucht ihr euch den wirklich nicht anschauen. Wenn dann im Kino auch wegen des Soundtracks, denn ein Musical muss nun mal laut und in Dolby Surround gespielt werden, ist er leider darstellerisch, inszenatorisch gerade und narrativ wirklich nicht das, was er hätte sein können. Das Film trifft in jeder Hinsicht zu oft den falschen Ton. Das Beste, was wir hier noch haben, ist die Kamera, immerhin sauber durchgeführte Choreografien und die Nebendarstellerinnen hier, Selena Gomez und Zoe Sardar. Dann danke ich euch draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine Webseite, immer noch tele-stammtisch.de und wir haben einen Discord-Server. Könnt ihr gerne mal reinschauen, tele-stammtisch slash Discord. Da könnt ihr mit uns gerne ein bisschen reden über Filme, Serien und Comics und gerne auch über Musik oder auch gerne Kochrezepte austauschen, wie ihr wollt. Wir sind da vielseitig. Ich sage Tschüss und Lieder, dir gebührt das Letzte. Macht's gut, Leute. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.